Ja, Hallöchen und herzlich Willkommen zurück im Neurzeitalter und natürlich bei Deliver Us Mars. Äh, so, Montmateba-Ziele, ne? Verbinde den MPT wieder mit der Archer Habitas. Begib dich zur MPT-Schüssel und entferne die Trümmer. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen witzig. Erstmal müssen wir natürlich erstmal rausfinden, wo müssen wir überhaupt hin? Äh, geht's ja irgendwo raus? Bestimmt irgendwo. Ja, äh, hier geht's offensichtlich raus. Uh, uh, äh, hm? Okay, das, äh, ja, das finde ich schon wieder optisch sehr stark. Super, jetzt hab ich diesen Riesenballon in der Optik gehabt. Super. So, äh, aber wir müssen natürlich erstmal wieder ein bisschen Schnippel-die-Schnipp-Schnipp machen. So, das hätten wir schon mal. Blöb. Ist schon gut? Nee, irgendwo gibt's wohl noch Trümmer. Ich hab' ein bisschen, äh, Sorge, dass ich da jetzt irgendwie nicht so lockerflockig runterspringen möchte. Äh, siehst du da noch was? Ich seh' grad nicht wirklich was. Ah, ah, jetzt seh' ich was. Äh, oder auch nicht? Okay, schade. Ich dachte hier... Oh, hier ist irgendwas mit Schneiden gewesen gerade. Ah, ja. Ah, ja. Ich verstehe. Wow. F, schauen. Ah. Und da kommt die... ...der Strom. So. Es ist soweit. Verbinden wir die Schüssel wieder, Aila. Wenn das nicht klappt... Naja. Komm, wir halten jetzt Panoptikon. Oder heim. Boah, ist die wieder... ...ist die schon wieder gut drauf? So, 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 so motiviert und so optimistisch? Ist hier noch irgendwas Schönes? So, weiß nicht. Ja gut, was... Also, ich mein, Comic-Heft wird hier oben jetzt sicherlich nicht mehr liegen. Würde ich jetzt mal schwer hoffen. Ich bin gespannt, ob ich mir noch irgendein Kram übersehen hab. Wahrscheinlich. Hm. Guck mal. Guck mal. Apropos was übersehen. Ich muss mal grad kurz hier ihr... ihr wertes Gesäß da mal irgendwie aus der Schusslinie begeben. Ja toll, kann ich gar nicht, weil ich ja hier stehen muss, um 11 zu drücken. Och ja, noch eins. War klar. So, das mag er nicht. Wieder von der anderen Seite ran wahrscheinlich. Und... Wo war's denn jetzt, hm? Ah, jetzt. Verdammt, Giel, schließ diese Tür auf. Nein, nein, hört zu. Er hat die Schubdüsen manipuliert. Wenn ihr den MPT startet, treiben wir entweder weg oder die ganze Arche explodiert. Nur MacArthur kann die Verbindung wieder genehmigen. Wir kümmern uns gerade um ihn. Aus dem Weg. Nein. Arno, durchbricht die Tür. Seid ihr verrückt? Ihr werdet noch... Giel, ich bin am Panoptikon. Ist Labos okay? MacArthur? Isaac! Hobart! Das Schiff, das Schiff wird noch offen. Wir werden gleich... Ja! Ja. Der war während dem Aufstand am Panoptikon. Wusste ich doch. Und die Moral von der Geschichte? Das ist mir jetzt nicht das Sinn. Wer im Weltraum sitzt, sollte aufpassen, an welcher Wand er mit der Hildi rumspielt. Bitte funktioniere. Gut. Okay. Okay, äh, dann dürfen wir mal wieder... ...einmal Energieversorger spielen. Wenn das nicht die schönste MPT-Verbindung ist, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Komm wieder zurück, dann brechen wir auf. Ich bereite Habitats für den Stall vor. Okay, bis bald. Aber erst finde ich dead. Ah ja. Ah ja, okay. Es hieß doch, er ist jetzt irgendwie zum Paar. Wir sind Standler. Bist du schon zurück? Noch nicht. Bin auf dem Weg. Okay. So, und jetzt ist natürlich auch die Tür zum Panoptikum offen. So, äh, die Tür ist zu. Äh, wenn ich das sehe. Okay, ich mach mir ein bisschen Sorgen, dass es wieder schon so eine Hüpf- und Kletterpartie wird. Äh, das sind ein paar ASE-Ersatzteile. Ich mach eine Notiz davon. Oh nein. Ayla, meinst du, das könnte? Oh, oh. Äh, ich möchte eigentlich... Ich wollte eigentlich jetzt wissen, was in dem Terminal stand. Ja, okay. Also Comics haben wir diesmal echt nicht gut gefunden. Zuerst generell recht viel nicht gefunden. Das Panoptikum-Terminal hat MacArthur die gesamte Kolonien von hier aus überwacht. Er hatte die vollständige Kontrolle über sie und all ihre Bewohner. So, wer wird das wohl sein? MacArthur. Ah, Schwein gehabt. Nur das Arschloch. Ähm, Entschuldigung. Nur der Bösewicht. Ach so, ja, komm. Es gibt keinen Ausweg weg, Arthur. Mach auf! William, es reicht jetzt wirklich. Verbinde Labos und wir klären das. Du, ich und Rosa. Ihr macht beide unser gemeinsames Werk hier zunichte. William, hörst du mir überhaupt zu? Anzug an, Isaac. Was machst du denn? Zieh den Anzug an. Outward, hier spricht MacArthur. Wenn die Aufrüber nicht umgehend abziehen, lege ich die Arche Habitats still. William, nein. So tötest du alle. Nicht alle. Schalte die Sauerstoffversorgung ein. Da draußen sind noch Leute, die an Outward glauben. Die unschuldig sind. Möchtest du die etwa auch opfern? Nur ich bin stark genug, uns zu retten. Ich tue das Notwendige. Also, ja, Isaac, werde ich. Ich tue das Notwendige. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Isaac, bist du am Leben? Das wollte ich alles nicht. Sag mir, Cursor, Habitats, aktivieren. Reise. Tut mir leid. Was? Er hat selber gezögert, er hätte sie retten können. Tut mir so leid. Okay. Labas. Guy. Ich bin am Panopticon. Ist Labas okay? Mit einem... Hochord. Hobart, das Schiff hat ein Loch. Gehen wir gleich. Hey. Archelavos. Kann mich jemand hören? Bitte kommen. Labas, bitte kommen. Menschen des Mars, hier spricht Isaac Johansson. Es kommt bitte zur Arche Vita, kommt alle. Okay. Haben wir noch irgendwas, was vielleicht noch spannend oder scannenswert sein könnte? Leider nicht, so wie ich das gerade sehe oder auch gerade nicht sehe. Oh, was war das? Da ist doch gerade irgendwo so ein Anflug von einem F eingepoppt. Dachte ich. Oder war das das hier? Nee. Keine Ahnung. Ich kann ja auch leider nicht das garantiert kein MacBook anschalten. Schauen wir ein bisschen hin und her. Wie gesagt, vielleicht finden wir doch noch irgendwas spannendes. Was ist denn das? Das zieht nach dem weiteren Weg aus. Hier unten. Geht es nicht weiter oder was? Ah, okay. Ich sehe schon, da ist zu und das Terminal ist auch hinüber. Wir müssen da rein, Ayla. Natürlich müssen wir das. Alles gut. Wir werden es schaffen. Keine Sorge. Wir haben ja schon gesehen, wo es weitergeht. Und wie gesagt, ganz kurz nachgeguckt, ob sich hier nicht vielleicht doch noch die eine oder andere Sache verbirgt, tut es aber gerade nicht. Hm, schneiden. Okay, was? Oh, wie, warum? Ach da. Hm. Okay. Ach so. Nee, da komme ich auch nicht durch. Wir können doch einen alten Mann nicht so verwirren hier. Das ist ja furchtbar. Ja, warte mal, was wir machen können. So, und dann kommen wir jetzt natürlich wieder zurück. Und haben ein bisschen zusammen öffnet sich gespielt. Schön. Schön. Einfach schön. Okay. Ach so. Oh, top. Endlich mal eine Dusche und ordentlich einen abseilen. Ja, super. Ich dachte schon, wir kriegen ja gar kein Komfort mehr auf dem Planeten. Oh, Hallöchen. Ja, der hat sich aber gegönnt. Der hat sich richtig gegönnt, während die anderen irgendwie alle im Dreck geschuftet haben. So, hier noch die großen, äh, herausragenden Leistungen. Oh, der hat doch hier nicht etwa eine Saturn- und Füllfrakete aus Klemmbausteinen stehen. Ja, aber ansonsten ist hier relativ wenig mit noch irgendwelchen spannenden Dingen. Hier vielleicht noch irgendwas, was man recyceln kann. Ich weiß ja nicht. Oh, eine gute Stöpfchen hier. Ja, Fett. Und natürlich. Eine ordentliche Kaffeemaschine. Na ja, dann schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Oh ja, jetzt komm, jetzt willst du mich doch ärgern oder? Boah. Also ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass diese Puzzledinger irgendeinem System folgen. Bitte funktioniere. Bitte verschlüsselte Funkübertragung genehmigen. Argus, genehmigen. Ich kann es nicht fassen. Ah. 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 Mondbeer. Ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du fehlst mir. Hey. Wenn du das hörst, weißt du, von wo aus ich es ende. Vor zwei Jahren verlor Outward die Verbindung zur Archelaus. Zur Hauptstromquelle. Ich bin ein Archiviter, die du auf dem Mond gesehen hast, als du klein warst. Weißt du noch? In dieser Funknachricht ist der genaue Standort von Archiviter verschlüsselt. Ich spiel es jetzt ab. Aayla entschlüsselt es. Hör zu, Mondbeer. Ich lebe noch. Komm und find mich. Bitte. Übertragung fehlgeschlagen. Schaut ab. Ich habe Claire immer wieder gesagt, dass du dafür nicht bereit bist. Der Situation nicht gewachsen bist. Doch das zu verschweigen? Wir gehen. Jetzt. Tu nicht so fromm. Wie bitte? Ich weiß, dass du mich nur mitgebracht hast, damit sich mein Dad erweicht und friedlich mit uns kommt. Damit ihr ihn dann wegsperren könnt. Ja, er gehört auch weggesperrt. Entweder das. Oder? Plan B? Was ist mit unseren Waffen? Hab sie entsorgt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du hast so viel Potenzial, könntest so vielen helfen und wirfst das alles weg, nur wegen deinem verdammten Egoismus. Geht's dir eigentlich noch gut? Claire wäre so enttäuscht, dass du genauso geworden bist wie dein Vater. So stark und doch schwach. Du hast die Waffen mitgebracht. Wozu? Hm? Vergeltung? Dich trieb der Schmerz an, Sarah. Wer ist hier also schwach? Du weißt gar nicht, was ich durchgemacht hab. Ich will hier das Richtige tun. Ich will hier alle retten. Wie denn ohne Archivita? Brauchen wir sie nicht? Oder bist du nur zu feige meinem Vater ohne Waffe gegenüber zu treten? Ich gehe zur Archivita. Und finde dort meinen Vater. Nicht in einer Million Jahren. Ela, jetzt! Ja, also sie ist auf jeden Fall auch nicht gerade. Irgendwie die coolste Socke auf dem Planeten. Also nicht, dass es noch wahnsinnig viele Socken auf dem Planeten gibt. Ja, natürlich. Alles in Gefahr. Was muss man machen? Verlasse die Arche. Na dann. Wir haben uns noch nicht. Die Stolmsteine hat ein Stabsturm. Wir haben einen da. Bist du etwa lebensmüde? Komm zurück! Sofort! Kehr sofort um! Sonst ist alles verloren! Nein, tu's nicht! So ein bisschen Fahrstuhlmusik wäre jetzt, glaube ich, auch noch ganz cool. Wir kommen da durch, Ayla. Ich kehre nicht um. Cassie? Ich weiß ja, was du finden willst. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst. Wir haben Schmerz und Zerstörung erlebt. Wir wissen, wozu sie fähig sind. Wir sollten das nicht... Ja? Sag ich es halt, wenn du es so willst. Ich habe Angst. Angst vor dem, was du finden wirst. Angst, dass wir die Erde nicht retten können. Angst vor deinem Vater. Doch mehr als alles andere habe ich Angst vor dir. Verstehst du mich? Das Schicksal von uns allen liegt in deiner Hand und ich weiß nicht, was du damit vorhast. Bitte, bitte mach das nicht ganz allein. Wir kommen da durch, Ayla. Ich kehre nicht um. Cassie? Ich weiß ja, was du finden willst. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst. Äh. Wir haben Schmerz und Zerstörung erlebt. Wir wissen, wozu sie fähig sind. Cassie! Ja, nochmal eine Rückblende. Cool. Das sieht doch auch nicht mehr schön aus hier. Cassie! Wo bist du? Ich... Ich sehe dich! Ich bin hier! Die Opfer! Komm hierher! Wo ist hier? Wo ist hier? Da ist nicht hier. Da ist doch ein Getrümmer. Guck mal mal hier um die Ecke. Das sieht doch irgendwie sehr begehbar aus. Der Sturm wird schlimmer, Motivär. Komm her zu mir. Schnellfest! Mhm. Ich finde sie! Du bringst Cassie in den Schrank unter der Treppe. Ihr bleibt im Schrank, egal was passiert. Mama und ich kommen so schnell wie möglich zu euch. Liz! Liz! Cassie, komm her! Schnell! Cassie! Beeilung! Bitte dort ab. Wir haben Cassie! Liz! Eisen! Wo bist du? Beim Haus! Komm zurück zum Haus! Ich... Ich kann nicht sehen, wo du bist! Folge meiner Stimme! Schnell! Der Sturm kommt näher! Ich finde euch nicht! Liz! Liz! Ich sehe das Observatorium! Nein, 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 nein! Geh da nicht hin! Es ist nicht sicher! Nein! Liz! Liz! Das wird sie sicher wieder nicht getan haben. Elizabeth! Oh mein Gott! Liz! Wo bist du? Liz! 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 Dad bist du, okay? Liz! Dann! Na komm mein Schatz! Steh auf, Liz, komm schon! Liz! Der Sturm ist vorbei! Komm schon! Steh auf! Ich steh auf, die Zeit ist! Geh nicht! Geh nicht! Dad, bitte! Geh nicht! Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht einfach umgezogen? Wir hätten doch einfach schon umziehen können. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, alles Drama zusammengepackt in, äh, ja, einer Rückblende. Aber offensichtlich haben wir es überlebt. Der Rover fährt auch noch. Das ist ganz gut und das sind großartige Bedingungen für die nächste Folge. Euch wie immer vielen Dank fürs Vabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefällt, was wir hier tun, lasst uns ein Abo da, drückt aufs Glöckchen und, ja, wenn ihr wollt, haut was in die Kommentare. Euch erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss!